Die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen hat am Dienstag das Gymnasium besucht. Sie ist Chirmherrin für Erlebe IT in ihrem Wahlkreis, einer bundesweiten Initiative der Digitalwirtschaft zur Vermittlung von Medienkompetenz in Schulen. In dieser Funktion hat sie einen IT-Fachmann für einen Tag für das Gymnasium Jade gewinnen können, der die Schüler der Jahrgangsstufe 8 in einem Workshop Jugend und Internet fit für die Zukunft macht. Themen des Workshops sind Messenger-Dienste, Urheberrecht, Recht am eigenen Bild, Datenschutz, Privatsphäre und Cybermobbing. Wie die digitale Zukunft des Jade-Gymnasiums aussehen wird, bleibt abzuwarten. Die Schule in freier Trägerschaft steht in Konkurrenz zu den staatlichen Schulen und möchte den richtigen Weg für die Zukunft einschlagen. Wohin der genau führt, ist derzeit aber nur schwer abzuschätzen. Die Schule in freier Trägerschaft steht in Konkurrenz zu den richtigen Weg für die Zukunft einschlagen.